Gar kein Bock da drauf. Wir schaffen's nicht zum Speicherbogen. Das war sowas von klar. Oh nein! Nicht im Ernst. Nein, den kriegen wir weg. So, und einmal heilen. Und wieder zurück. Das ist jetzt ein bisschen blöd, aber ich hatte keine Lust, mein Wiederbelebenszeug zu benutzen oder so. Ey, diese Spinnen, das kann ja nicht sein. Die halten ja mega viel aus. Die kommen... Ne, was ist denn das? Meine Güte, was sind das für Viecher? Warum halten die so viel aus? Es gibt auch total viele Erfahrungspunkte für die Biester. Ja, ich weiß leider auch nicht, wo die hin sind. Gehen wir hier lang. Oh boy. Das wird... Nicht so geil. Herausforderung. Mit Pisala beenden. Boah, was hat uns da erwischt. Ja, mach dein Feuerschwert. Ja. Nein, das erwischt mich. Ist es denn zu fassen? Jetzt hack drauf. Boah, ey. Ja, Herausforderung verloren. Scheiß drauf. Jetzt bitte keine dumme Truhe. Ach, nee, ey, ehrlich. Das ist mega asozial. Mega asozial. Scheiße hier. Ja, oh Gott. Dang. Ey, die sterben ja sofort. Das sind solche Lutscher. So, die... Schon zehn... Heiltränke weg. Für nichts eigentlich. Ey, das sind... Echt richtige Lutscher. Nicht zu fassen. Boah, ey. Mega nervtötend. Wir machen mal das hier. Das hatten wir noch nicht. Meine Güte. Au je. Was? Alarm. Der Info-Ecke. Wurde durch ein Signal... Ach so, ja. Da gucken wir später mal nach. Fast alle Heiltränke verballert. Und ich bin nur ein kleines Stückchen weitergekommen. Wir sind ja jetzt nicht... Wer weiß, wie viele Meter gelaufen. Und hier ist es auch so weitläufig, ey. Mann. Nicht nett. Oh ja, die können auch die Dinger schmeißen. Scheiß Baumstamm. Dolchstoß. Feuer frei. Ach nee. Mach den Brennschlag. Oder muss ich das machen? Ich muss das machen. Ist ja mega behindert. Ich dachte, das macht er alleine. Der ist auch schon wieder tot, ey. Mach ich's halt alleine. Ich wusste, wir würden gewinnen. Kriegen die halt auch wieder keine Erfahrungspunkte. So doof. Da hinten ist ein Speicherstand. Da werden wir geheilt. Jetzt bloß kein Kampf, bis wir da sind. Zwei, drei Schritte. Traumhaft. Nee, direkt abspeichern. Da haben wir auch einen schönen Überblick über die Karte. Katastrophe. Das ist eine Katastrophe hier. In dem Busch. Geht's hier noch weiter? Ja, hier geht's noch weiter. Vielleicht ist es ja die richtige Richtung. Naja, scheint auf jeden Fall die richtige Richtung zu sein. Oder auch nicht, aber da ist ein Haus. Ach nee. Ja, da guckt sie euch an, ne? Ein Geschenk. Was möchte er denn für ein Geschenk haben? Wie wär's mit Baumstümpfe? Die hab ich grad gefunden. Die Tür ist im Moment fest verschlossen. Okay. Dann gucken wir mal, ob wir irgendwie was finden für den. Ist auf jeden Fall nicht da, wo sie geopfert werden soll. Ich wundere, wo Lilika und die anderen gingen. So, teleportieren wir uns mal irgendwo hin. Hm. Da. Nein. Wieso? Ja, von da aus. Da machen wir auf jeden Fall Plus, glaube ich, wenn wir da hingehen. Ist auf jeden Fall ein Zeitgewinn. Aber jetzt kriegen wir auch endlich angezeigt, wo wir hin müssen. Das ist ja auch schon mal ein Vorteil. Auch wenn mir das hier nicht gefällt. Auf das dicke Vieh drauf. Auf das Vieh drauf. So. So. Dass die uns auch nicht helfen, ne? Die verschwinden einfach, wenn Monster auftauchen und gut ist. So. Einmal sind wir nach da gegangen. Jetzt gehen wir nach hier. Äh. Gut. Manometer. So. Da waren wir auch schon. Aber in dieser Richtung hier waren wir noch nicht unterwegs. Au. Oh, die haben wir aber auch schnell erledigt. Das gefällt mir. Was ist mit dir? Arme Miri. Mehr hast du nicht zu sagen, ne? Aber guck's auch zu. Verrückt. Das geht doch nicht. Wir sind auf jeden Fall auf dem richtigen Weg. Äh. Na komm. Aua. Immer drauf, immer drauf, immer drauf, immer drauf. Oh, ich hab keine Kugeln mehr. Aber hat gereicht. Schön, schön, da ist unser Ziel, wo der Sterne blingt. Wie müssen wir mit dem zu dealen? Und hier können wir nochmal abspeichern. Das werden wir auch machen. Das wird sicher seinen Grund haben, warum man hier abspeichern kann. Und wir haben... 30 Stümpfe besiegt. Sehr gut. Und... Haha. Wieder einen aufgestiegen. Gut. So, wir sind nah dran. Ich würde sagen, wir gucken einmal, was hier drinne ist. Geht, glaube ich, nicht auf. Korrekt. Oh, was ist denn hier? Was ist das? Sie sind für ihre Qualität. Dagram! Huh? Huh? Ah. Was ist das? Ich habe gerade gefunden. Any ideas? Sieht wie ein freie-schot. Es ist eine Kugel, die alles verbreitet. Ich weiß, ob es noch nicht verwendet ist. Ich weiß, ob es noch nicht verwendet ist. Ich glaube nicht. Es gibt noch ein paar Chargen, aber es gibt noch ein paar Chargen. Oh, gut. Ich wüsste, dass es jemand auf diesem Planeten gibt, der weiß, wie das Ding zu fixieren würde. Ja, das ist ein echtes Scham. Kamputte Frostkanone. Ja, ich hätte die aber auch mitgenommen. Ich hätte sie nicht da liegen lassen. Eine neue Kanone, nicht schlecht. Ist jetzt nicht unbedingt das, was ich erwartet hätte, was wir hier finden? Oh, ja, wir haben noch zwei Thronen. Eine davon ist bestimmt fies. Die nicht. Okay, die auch nicht. Lippenstift. Zauberlippenstift. Ja. Okay. Ach so, diese Frostkanone. Ja, sicher. Das ist vielleicht das Geschenk, was wir für den brauchen. Das könnte natürlich sein. Dann gehen wir mal... Ja, das kann sein, dass er das als Geschenk haben will. Gar kein Problem. Versuchen wir es mal. Nein, wir sind hier falsch. Da unten müssen wir hin. Da wollte ich hin. Falscher Ort. Das ist auf jeden Fall sehr positiv, dass man von Speicherpunkt zu Speicherpunkt reisen kann, sobald man den Eimer betreten hat. Hier wollte ich doch hin. Ich denke, es könnte diesen Weg sein. So, diesmal sollte es klappen. Hä? Du brauchst meine Hilfe, oder? Warum jetzt? Es ist ein bisschen late für dich zu machen, dass du Fragen hast. Ich bin nicht ein bisschen interessiert. Ich bin ein bisschen interessiert über diese dumme Stadt. Und du kannst dir sagen, dass ich das gesagt habe. Sag ihnen, dass sie ziemlich sicher wäre, wenn sie nur die Maschinen hätten. Das ist das? Gut, dann. Hm? Was ist mit dir? Hast du etwas von mir? Uh, nein. Nichts wirklich. Was ist das? Nein, es kann nicht sein. Ich habe einen Gericht. Wo ist es? Huh? Wow! Das ist eine gewisse Sache, die du da hast. Das ist ein Schuss, nicht wahr? Huh? Was? Oh, das. Oh, ja, aber es ist broken. Broken? Dann fix es! Nicht es gehen! Oh, Thing, kannst du es fühlen? Hier, lass mich sehen! Oh, mein Gott! Glüh? Wo ist meine Glüh? Ich weiß, ob es okay ist. Oh, wir haben nichts zu verlieren, zumindest. Hey, kann ein Frisch schütze über die Flüge und so? Das wäre ein Stückchen. Ein guter Modell könnte sogar eine Wasserflüge werden. Wow, das ist cool! Sie drei, mir eine Sache? Huh? Nicht benutzen machines für evil. Nur benutzen sie um die Menschen zu helfen! Nicht benutzen sie um jemanden zu schüttern! Und das ist meine politik. Hier geht's! Ist es fixiert? Ja! Ach, ist es? Ja! Die Frostkanone wurde repariert! Ja, hat geklappt. Oh, er ist aufgetaut wieder. So, ich glaube, ich lasse das hier. Aber von jetzt an! Schau, wo du das Ding anrufst! Anyway, da geht's. Du bist alles fertig. Bis zum nächsten Mal. Danke viel, Sherio. Sherio heißt er? Alles Klärchen, Bärchen. Dann können wir ja loslegen. Wofür wir sie auch immer brauchen. Machinen sind nicht schlecht, wenn man sie nicht benutzt. Ähm, ja, wo geht's denn jetzt hin? Das ist die große Frage. Wir müssen einmal kurz auf unseren Teleporter gucken. Wir haben ja einen Pfeil, in welche Richtung wir müssen. So, da oben müssen wir hin. Okay. Da können wir uns natürlich hinbeamen. Und wenn wir schon mal da sind, dann können wir auch gerade mal abspeichern. Ich speichere vor allem so oft, weil ich keine Lust habe, die ganzen Zwischensequenzen mir nochmal geben zu müssen. So. In diese Richtung. Das heißt... Da hinten ist ein Fragezeichen. Okay. Da können wir wahrscheinlich diese Frostkanone benutzen. Puh, die könnten schon ein bisschen schneller schwimmen. Das wäre ganz große Klasse. So. Die reißende Fluten des Wasserfalls machen das Klettern nahezu unmöglich, wenn man das Wasser aber irgendwie aufhalten könnte. Zum Beispiel mit einer Frostkanone. Yeah. Okay, und jetzt? Was habe ich jetzt davon? Muss ich da jetzt nochmal schießen? Früher oder später wird das Eis schmelzen. Aber es sollte reichen, dass wir hinauf und wieder herunterkommen können. so glatt und achso, da brauchen wir jetzt die andere. Ist es das? Nee. Doch. Genau. Oh, das ist aber sehr hoch. Muss ich da jetzt ehrlich hochspringen? Ach, nicht im Ernst, Leute. Okay, ich hoffe, das klappt einigermaßen. Bloß nicht runterfallen. Äh. Ja. Ich weiß nicht, ob wir runterfallen können überhaupt. Aber ich gebe mir mal Mühe. Moment. Wenn wir schon mal hier sind. Okay. Dann nehmen wir das auch mit. Im Ernst? Wollt ihr mich flachsen? Wie hoch ist denn das? Okay. So, alle da? Traumhaft. Hier gibt es keine Kiste. Okay. Haben wir geschafft. Das ist ja schon mal schon mal ein Applaus wert. Haben wir hier irgendwo noch was? Nein. Das heißt, wir müssen weiter schwimmen. Ah, hier kann man sogar ein bisschen laufen. Da haben wir eine Truhe. Ich weiß gar nicht, ob wir angegriffen werden können. Wahrscheinlich schon. An Land. Von dem Ding wahrscheinlich. Nee. Sehr gut. Schneeornament. Yay. Wäre auch cool, wenn hier ein Speicherpunkt wäre. Hätte ich, äh, nichts dagegen. Oder müssen wir nochmal klettern? eigentlich riecht es ja, als müsste man klettern, aber es kann auch sein. Moment. Wir gehen mal kurz hier hoch. Können wir gar nicht hoch. Dann müssen wir wohl doch nicht mehr klettern. Okay. Okay. Ich habe ihn noch gerade noch gehört. Ich habe ihn noch gerade noch gehört. Finde ich auch. Schau an ihn. Ja, Dreck am stecken. Ja.